Oh mein Gott! Ja, ab jetzt. Every portrait that is painted with feeling is portrait of the artist. Lord of the Sator. Oscar Wilde, der Wilde. Ähm... Ah, ja? Maulkorb. So, rein hier. Erstmal alles durchsuchen, ja? Wir sind ja hier und fucking FBI. Da muss man erst mal gucken. Ja, ich auch nicht. Ist ja nur die Hand. Es ist ganz schön hell, aber das musst du. Finde ich gut. Dann ziehst du die Jumpscare schon bevor sie passieren. Sir? Was denn im Netto? No. Wer hat denn hier schon wieder einen fucking angelassenen Kacki? Mach aus. Aus. Ähm... Ohja, das hat ein Gift. Cool. Nimm mit. Oh, was ist denn der Alkoholiker? Ist das eigentlich mit dem Sau? Das hört ihr alles? Also, ich hab's bei mir jetzt schon extrem laut. Also, wenn Jumpscare kommt, fall ich aus meiner Spur. Ja, ich hab's den Soundsfehlen noch, glaube ich. Ja. Ist das jetzt? Ja. Ja. Perfekt. Guck, guck mir an. Das sind Kaneras vom Start. Ich hab's in der Musik. Ich hab's in der Musik. Boah! Hör auf. Das Glamen mit Autismus hat Erich. Been working all night. Don't wake me up. Mach ich, Rabspiel, mach ich einfach, komm. Mach ich, mach ich. Mach ich. Mach ich, mach ich. Mach ich. Wenn jetzt... wenn jetzt was hört, dann kann ich ja noch mal ein bisschen na... Nein, du läst es so laut! Nein, das rast ich so gut aus! Ja, das ist so leise! Ich finde der Fresser jetzt wirklich... Das schöne Zeug! Das wein, das wein tut! Der ist richtig wein! Guck ihn an, Alter! Jetzt gehst du da rein, du gehst aber zu! Ich mach's dir selber zu, sonst kann man auch noch hin! Du machst... The old place in Junk Skies! Naja, du veränderst dich! Ja, guck mich die ganze Zeit an, das könnte auch sein! Geh dich mal ganz kurz um! Wo ist was zu essen? Bye-bye! Wer malt denn die Scheiße, Alter? Nur für dich, will ich nochmal eine kleine... Komm! Oh, hier ist die Sonne. Warum ist jetzt die Tür da offen? Lass mich verarschen! Gehen doch zu Moja! Wollen wir im Kinderzimmer eigentlich immer das Gruseligste an so einem... Na, wegen sowas, Alter, wer malt denn so eine Scheiße? War doch kein Kind! Meine Unterwäsche findest du nicht! Ich wusste Michael Jackson! Ne, das machen wir nicht! Das machen wir auf jeden Fall nicht! Warum bist du denn im Haus da? Ich weiß es nicht! Wer ist so dumm und baut so eine Wand im Gleichen Muster wie die Tür? Das ist aber hier in der Tür! Was am Gruseligsten ist, ist mein eigenes Steps, Alter! Oh, wie? Ich will jetzt das Portrait schon, weil die Musik jetzt aufgehört hat. Oh, wie? Ich will jetzt das Portrait schon, weil die Musik jetzt aufgehört hat. Oh, wie? Und wenn du nicht in der Türkei bist! Mach's diesmal richtig! Das war noch nicht da gewesen gerade! Komm, Seltchen, bitte raus! Der Gang... Der Gang war... Der Gang war... Der Gang war... Der hat sich grad irgendwas umgeändert, aber... nicht so nicht so cool so eigentlich es ist irgendwie ein Gang entstanden go back going in circles da hat jemand seinen Bein verschüttet jetzt schon Jumpscare bringt er zu dir? dann weiß es gar nicht was 1x7 bitte 1x7 meines specials ist ein easter egg 1x7 1x7 dann kommt der 1x7 Geist dann kommt Jesus der Geist wir haben auch immer die gleichen Bilder da ähm muss es irgendwo Code sein bestimmt da heißt es nicht 1x7 leider hier sind aber irgendwelche Stimmen die sagen wir den Code 1x7 das Bild redet mit dir denkste ich glaube er hat die Kiste drin da ist Aladdin drin da liegt doch das neue iPhone oder nicht? das hier oh fröhliche save the date of end ok wünschen euch das genügende Gesellschaft zum Feiern ist ihrer Trauung am Samst hallo am Samstag den 9. Juli in der St. Lukas Kapelle am um 14 Uhr am Samstag den 9. Juli um 14 Uhr Samstag 6. Tag der Woche Juli ist der 7. Monat Juni hallo das war heute 2 das findest du ja bisher für die Team jetzt ne ne ich glaub Samstag bis Samstag ist nicht dann wahrscheinlich 9, 7 und 2 9. Juli äh June June alter ich so? ne? ne 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 Will you marry me? Warte ich nicht hier die Königin aus England, Alter? Jesus Christ! Bruder, ich ess grad nur meinen Joghurt, kein Stress! Langer Gang, ja, spürt los, Bruder! Ich glaube, das ganze Spiel wird sich dann auf den fucking Drogen trissen. Das ist ein fucking Drogen-Tripp, Alter! Du scheiß Ratte, Alter! Die Ratte! Oh, what the... Das hat sich wirklich verändert. Ich glaube, die sind traurig, die haben... Läuft ein bisschen Blut aus den Augen oder so. Die Party war lit. Die war lit. Da weint jemand. Hey, wir weinten ja. Ich hätte jetzt schon nicht auch mal... Geh in die Tür rein, Alter! Nein! Komm, Rinder! Eines sagt sie ihm, Rinder! Eines sagt sie ihm, Rinder! Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Och, Mann, ey! Good morning, good day! Das kommt auch mal zu dem Messer raus, ne? Digga, wenn ich einen Schritt weiter gehe, kommen die Flaschen in sich, die flogen, Alter, sagst ihr. Okay! Der erste Schritt ist am schwersten. Hey, wir sind wieder in der Küche. Wir arbeiten da so ordentlich. Digga, hier fallen irgendwie Äpfel raus. Was sind die? Hallo, bist du? Die verrotten einfach immer. Hab heute nicht geputzt? Okay. Okay. Ah, okay. Armatier, armatier. Komm, nimm erst noch in der Hand. Er ist doch nicht so schlau, Mann. Er kann jetzt nicht mehr. Ist nur irgendwo ein Salzstamm. Sugar und Paprika, das ist gleich egal wie vorhin. Wir sind in the same room. Bruder. Werf kein Messer nach mir, Alter. Boah, lecker. Haie Haut. Steppt da irgendwas hinter dir? Nein, 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 nein. Schwer so was. Nee, 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 nee. Wenn ich einen Glamstück kommt, während ich trinke, ist alles eine Fresse schuld, dann hast du aber vorgängst mir. Boah, das ist Junior. Ich die Tablau. Also Junge ist der Motivationsschlag schon wieder. Weiter geht's. Oh. Lässt dein Gesicht auf. Ah ja. Hast selbst jetzt verloren. Du, voll dienst das. Bandass. Oh. Das sind Parasauros. Das sind Parasauros. Das ist, genau. Ringo, der Flamingo. Komm mal. Genau hier. Ähm. Hi. Ah. Meine Liebe. Ah, das ist das. Also hier werden Sachen gesammelt. Das sind so Save-Piles, wo man diese Bücher hat. Get out of here. Mach den Gang überhaupt nicht. Juuu. Ich weiß nicht, ob das zugeht. Ist das ein Parasauros? Nee, das ist, ähm, die Frisur-Sala. Let's go. Freddy Kruehl, wir haben den Läscher durch. Oh, halloooo. Ja, es sind so 10.000 neue Türen. Oh, guck. Ich muss schon wieder der Chewbacca ersetzen. Ich glaube, die erste Stunde vor dem Gameplay ist einfach bin drin. Da sind das Spiel so irgendwie Bilder. Oh, das ist schön vorher, ne? Nee, Schattenkaps war noch nicht, obwohl er es animiert hat. Das Bild macht einfach Musik. Ist einfach zu wild. Hallo. Haus brennt übrigens. Kannst du nicht einfach warten? Warten bis das Haus abbrennt? Ist glaube ich besser. Dir, ich will hier. Luigi's Mansion-Gespenster. Hallo. Ich hoffe, Mario hat sein Leben verloren. Make up your mind. I won't. Äh... Winkelgasse! Oh ne, hier kommt schon ein... Hier kommt schon ein böses Abion und eine Gehe erstmal wahrlassen. Ah, da gebe ich. Ich darf schon wieder so sein, ja. Das ist... Das ist Felix. Layers of here. Selber gute Gewerke. Ja, finde ich gut. Auch. Ist cool. Am Anfang. Erste Stunde oder so. Was? Warte, nechz. Warte. Digga! Es ist doch Stunde eins. Es geht die Stunden wie in Relife-Stunden. Also ich spiele jetzt schon ungefähr eine Stunde. Dann muss ich da mal sagen. Du spielst jetzt schon eine Stunde. Du spielst immer noch eine Stunde eins. Nein halt, das... Das... Ich dachte, dass es da ungefähr eine Stunde ist. Naja, das meinte ich jetzt so. Wie lange spielst du jetzt, Zocker schon? Also jetzt wie in Relife-Zeit? Es gibt jetzt keine In-Game-Zeit, weil wir die ganze Zeit nur irgendwie in Live-Zeit haben. Ist das ein Portal? Hast du ein Spiegelbild? Ist das ein Spiegel? Ich hab mir schon gedacht, das ist irgendwie ein Portal oder sowas. Oh! Und? Oh! Good boy! Ein ehemal, ehemals großer Künstler. Neues Bild von Oskar Galerien gelacht. Galerien... Ähm... Moin! Das Ambiente passt grad nicht zur Stufe. Warum bin ich immer noch in dem Channel? Warum geh ich nicht einfach aufklein? Das ist ein Rollstuhlenboden. Der Ausdruck ist alle Tipps! Der war... Ich war schlecht von dem Spiel, Alter. Warum ist auf einmal die Tür... Ich kann ja auch hier einfach... Weil ich seh schon oder nichts, ja. Ah, ja, jetzt... Die Tür ist doch ein bisschen... Das ist ja ein Gesperr. Was ist das einfach? Verantwortungslo... Verantwortungslo... Ich hab's dir gesagt! Ich hab's dir gesagt! Ich hab's dir gesagt! Ich bin raus! Ähm... Warte, da ist noch ne Lampen nach dem Lampen. Hau, hau es vielleicht grad einen gerissen. Naja... Bauvertrag, ich bitte. Ich hab's dir gemacht. Genehmigung ist weg. Die Wannschimmel, Junge. Ey, weil du klopst es an, Alter. Komm rein, Junge, komm rein! Komm rein! Moin! Na, die brechen das Ding jetzt auf, Alter. Ich sag's ihm. FBI kommt! Das ist FBI! Etwas verarmt... Ich hab's dir immer Borcheladen. Wies! 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 Erst einfach durchspillt durch hier. Oh, Bruder! Chillout! This house is absolutely amazing! Ja, finde ich auch. Prothesendiebe. Nimmer satte Bastarde. Kann mir keine neuen kaufen. Warum das beschissene Bein? Okay... Alter, vor, du klaust einfach so ein Prothesen! Und so zum Leuten... ... abgezogen... ... und so Leute... ... die Beinprothesen haben. Klaust aber, ich mein, die kleine Tage! Du hast riesig... Lautstärke, Alter. Ich stelle hier ganz hoch und jetzt zieht's ab. Du brauchst noch ne Platte, Eric. Oh, ich stelle hier. Ich lege was von der Ratschau auf. Wenn die ersten Strahlen morgens durch dein Fenster schießen... ... und... ... und... ... und eine Plastik-Tubing... ... und eine Plastik-Tubing... ... ich siphon gasp. Haha, warum wiss ich? Der Raum ist jetzt einfach zusammengefallen. So wie ich fühle. Das Bett ist auch... ... und ein einziger Grafikpack. Super. Das ist jetzt ein Wasserbett. Das ganze Ding bestehen immer aus Wasser... ... also muss ich wieder was anmachen. Ja, hört sich gut an. Das war's durch, oder? 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 Oh, stimmt ja. Es passiert was! Hallo! Ich siphon... ... ich hasste die Räume, Alter. Vielleicht sind das so Kapitel. Also jedes Mal wird ein neues geöffnet. Das gehört irgendwie 6... ... äh, Ding hier. Wir müssen ein Stückchen Haudra machen. Sagst du, man wird über das Spiel so herangeführt? ... dass es so der Save Room ist? Und dann irgendwie das... ... das letzte Kapitel... ... der größte Jumpscare der Welt, oder so? Das ist wirklich... ... es ist ja eine Dankfeste, oder? What the fuck, dude?